Ich bin froh, dass ich Karglas heute gemacht habe. Karglas. Karglusch. Ja. Das hab ich auch Mittwoch, meine Scheiß. Karglas, Fickglas. Karglas, Fickglas. Karglas, auch sonst. Ich hoffe schon, Karglas, Fickglas. Karglas, Fickglas. Ich muss nicht mehr auf Duos setzen, weil sonst können wir ihr schon den Mungo ran. Wir sind schon Mungo genug. Ja, weil sonst könnt ihr schon den Rand die Kamikaze mischen. Ja, wir sind keine Kamikaze, aber wir wollen auch die Kamikaze. Also, wie spielen wir? Safe? Ja, wie gestern. Vielleicht packen wir dann auch ein Sieg. Wir waren am zweiten Platz. Und wie noch einen Jumpmaster? Du! Außer du warst nur permanent Jumpmaster. Du warst der Beste. Ihr werdet es schon. Du hast deine Skin, wo ihr mischt. Nee. Kawaii. Hülle vorbereitet und Konsensatorin aufgeladen. Wir brauchen auch viel Brustling. Jetzt fließt Blut. Ja. Wie gesagt. Ich probiere an Hinein, dass sie verriert, ob ihr Mots spielt. Ich meine, da wissen wir, wie ihr richtig spielt. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe nur einen Jumpmaster-Best. Ich habe nur einen Jumpmaster-Best. Okay, wo war das? Du warst prädestiniert für die Poste. Ich will mal hin. Ich will endlich Blut verlust. Nee, mir hat das doch auch schon überdrüber. Ich habe nur einen Jumpmaster-Best. Ja, ich habe auch einen Jumpmaster-Best. Ja, ich habe auch einen Jumpmaster-Best. Ich habe auch einen Jumpmaster-Best. Ja. Miserable. Ja, go. No kids! Allons-y! Allons-y! Da könnte ich den Sniper schossen allein mal. Ich meine, da kann doch keiner es nur. Noch nicht. Das ist schon die nächste in Dode. Ich gehe längs. Okay, ich gehe jetzt. Wir sind wohl noch nicht gelandet. Ich habe einen Rucksack gefunden. Da war kein Wurf. Ah, habe ich meine Pumpe. Oh, ein Tür gehauen. Hm. Ring ist in der Nähe. 45 Sekunden. Ich habe Materialien gefunden. Teile mit Weine. Übrigens war es drei Tage Zeit, um das Event zu machen. Easy, mache ich morgen dann. Ring ist in der Nähe. 30 Sekunden. Ja. Ich finde die nett. Ja, mit der Sie in Shidoas. Ich bin auf Fiction. Kevin. Und was machen wir so? Sieh mal am Ding. Äh, nicht gerade. Ich habe Hunger. Ich habe kaum was gegessen. Ich habe heute kaum was gegessen. Ich wollte eigentlich vorhin schon was zu essen machen. Aber ja. Ich war gerade so drin im Gespräch. Ähm. Wegen Madame Fon Pum. Ähm. Wegen Madame Fon Pum. Wir waren vorhin so drin im Gespräch. Wegen Madame Fon Pum. So ich. Was war dein Tag denn heute? Ruhig. Es regnet. Deiner? Ich habe heute frei gehabt. Ich muss. Ja. Aber morgen bis nächsten Donnerstag arbeiten. Es gibt das Freitag frei. Mh. 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 Guck mal. Wart' auf jeden Fall. Wart' auf jeden Fall. Oh. Oh. Er wartet immer bis das ganz still ist. Ja. Und dann gibt er alles. War ein bisschen kacklich mit. Nein. Ne, Kevin, das bist du. Oh ist Kevin. Doch. Guck du lachst. Es ist wahnsinnig. Ja, er hat sich in die Hose geschissen Einmal Ja, das war nur einmal Kevin, das war einmal zu viel Das ist nicht jedes Mal Nö Nein Weltbosse Nö Wo bist du, Cam? In der Zone Lüft einfach wieder weg Ich bin in der Zone Wo bist du denn? In der Zone Wo bist du denn? Ich bin gleich bei dir Ah, okay Ich bin gleich bei dir Ah, ich sehe dich, du kommst da an Gott sei Dank Gott sei Dank hat man keine Ausdauerbar hier Und kein Falldamage Hm So Und in der Lente Oh, jetzt hat mich den Lecker getroffen Es gibt ein Helm hier drüben Stufe 2 Hab von einem Hast du da Eis aus der Tasse, Kim? Ja Da sehe ich ja jetzt erst Oh Oh man Ja, sie guckt wie glücklich sie ist Ich hab Eis Ich bin auch gleich glücklich Wenn ich was zu essen hab Wie lange seid ihr heute da? 10 Ich muss noch arbeiten morgen Also bis 10 Ja gut Bis dann bin ich nicht fertig Kochen Bleib einfach bis 10 Und ich denke mal um halb 10 Da ruft Sabrina wieder an Also von daher Nein, dann bleib noch bis halb 10 Und dann gehe ich zu kochen Aber ich hab mir jetzt auch mal kämen Ja, aber Ja, nächstes Jahr Aber du wolltest auch gerade nicht Ja, aber machen Du hast auch mit Kevin rumdiskutiert Wegen Eis Ja, aber Ja, wenn Kevin in die Küche geht Das Schwein ist Ihr hättet auch einfach beide zusammen in die Küche gehen können Ja Letztendlich bist du doch alleine gegangen Ja Also Hattet ihr Ein großes Mädchen Vom Alter her Ich bin in der Zone Und bin wieder 100 Kilometer weg von ihm Du bist die andere Seite gelaufen Ja, weil es hier noch Loot gibt Oder es war mal Loot hier Weil die Kissen sind doofen Ich hab's entschieden Ich hab's entschieden Der Hegel lauert Mein Charakter Geh da hoch Meine Fresse Das ist ungewöhnlich ruhig Ja, bevor hier Hier ist halb gelootert Ich weiß nicht, wieso die die weiße Rüstung hier noch hinschmeißen Äh, du hast doch automatisch die weiße Rüstung Und vielleicht wenn du gar keine mehr hast Hier ist deine geschlossene Tür Oh mein Gott, Despo Entschuldigung Kann man die Tür nicht aufschlagen Was sagen wir mal mit der Tür? Ich guck euch zu Okay Ich muss die Tage mal meinen Gefrierer Schrank abtauen Okay, das war nichts extra Kann ich fragen, was sie das jetzt gebracht hat Ich wollte nur schauen, ob man die Tür aufsprengen kann Ich benutze nicht zu oft Granate Wahrscheinlich weiß jetzt die halbe Map, wo wir sind Okay, ist alles ruhig Da sind sogar geschlossene Kiste Ja, ja, ja In der Mitte von der Ich lebe nur noch 20 Leute Oh, hier ist eine Kiste Die möchte ich gerne haben Danke sehr Wo ist das? Kann ich geh holen? Äh, ne Ah, mach, mach, mach Danke Tägliche Kiste Wir sind im Ring Das heißt, gleich werden sie kommen Wir sind im Ring Sind auch noch ein paar Kisten Ich wäre froh, wenn ich einen Rucksack fände Geht der im Lande anflogen? Wo wurde die genutzt? Ich weiß nicht, aber brauche ich nicht Ich höre Schüsse Sind sehr nah Sind hier drinnen Hier drüben ist ein Care-Paket Angst, bitte? Ja Wollen sie schon den Care-Paket looten? Wer hat denn hier rausgekommen? Wenn sie kommen, dann sterben sie Wechseln wir mal die Waffe Neun Teams noch Kommen die oder kämpfen die da noch weiter? Ich glaube, die hauen sich da aufs Maul Können sich gerne Zeit lassen Wollt ihr meinen französischen Bulldogger im Kinderwagen hören? Ja Also, Beppo hat gerade gesagt Falls es jemanden interessiert Es interessiert euch Also, Beppo, ich glaube, da ist was los Ja Ich denke, wir auch Und wir sind es noch Noch 18 Mit uns sehr schnell Ich bin so nervös Ich bin so nervös Alles easy Ich hab alles Ich hab alles Kommt rein, was war ein Sniper-Schuss Weißt du die Schritte? Ja Vor uns Vor uns Vor uns Und links Ich hab so ein Schild kaputt gemacht Ich hab... Ah, ich seh nix Ich seh nix Ich hab ihn Hast du, hast du? Ja Ach, danke, Beppo Warte, ich muss chill 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 Okay, da ist voll viel Geht ab hier hinter uns Warte, ich hab... Ich hab fast meine... Ich mach auch mein Schild nochmal voller Wo? Ich sterb Ich sterb Ich sterb Ich sterb Mann, ich wollte gerade weglaufen Mann, ich wollte gerade weglaufen Komm da Sei irgendwo hinter dir Nein Nein Ich sterb Ich sterb Jetzt sind sie alle toll Dann sind die Beschreibungen Ich sterb Du bist Wir wollen, dass du gut übernimmst hier hast. Papo, du warst so konzentriert, du hast es so aufgerafft, oder was? Ja. Aber warum? Wie los der Zeit, ich verblühte nicht mehr ganz lang. Ich komme hin. Du warst so konzentriert, das ist so genial. Du bist besser dann. Ich könnte die Deckung brauchen. Dankeschön. Komm heran, du bist besser Luther auch. Mal schnarchelt. Dann holen wir noch das Muni rein. Ich bin zwei Geschwister. Du musst mich verraschen. Ich bin schon im Regen. Das wird bestimmt nicht verraschen. Du musst verraschen. Du musst verraschen. Du musst sehen, hältst du? Was ist denn? Ich fange noch so schön Pizza an. Ja. Was haben wir noch da? Was machen wir denn? Es hübsch. Okay, okay. Drinnen. Du hast aber Grünes haben lassen. Scheiße. Ja. Nur vier Teams. Ach, scheiße, der weiß wo man so hin. Wo man so hin hat. Hinten wir! Oh, mach! Oh, mach! Oh, mach! Oh, mach! Oh ja, mach! Auffassung. Wuppla. Guter und geschossen. Was denn? Was denn? Ne, Nasser Hirnbrunn. Okay. Jetzt, 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 jetzt. Schilder? Ja, es ist eine Beisende, eine Beierschaft. Ja. Rauche Schilde! Eile meiner Wunde! Okay. Ja. Ja. Schwierig, der Champion so lange überlebt. Wen wollte ich eigentlich selbst umleben? Ja, sehr, 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 war da? In, in, in. Ja. Das ist ein Bapur, ne? Ich geh in den anderen. Ja. Ich meine, es war längst... Es ist immer nicht sicher, ich bin echt falsch. Ich glaube, cool. Schon mein Ulltoch noch. Ich meine, Spitfire, die kommen aus der Saison. Das ist ein... Kommissier, der Saison. Schon mal gesehen? Ja. Sie geh-rubb, sie geh-rubb, hau-rubb. Hau-rubb, 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 hau-rubb. Saki, stark, das Schuld. das ist jetzt gewonnen von euch das ist ein viel besseres gefühl als überhaupt jemals also ich bin gerade glücklich gg danke gg gg hat er wieder fokussiert ja wenn abgerissen und eine kiste in zwei stunden 42 minuten kann man texas schenzen massaker spielen das gefühl ist hundermann besser als bei bei dingens zu gewinnen ja und vier kills ich bin erst glücklich und warte einfach nur Oh, 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 oh. erstes match und erster sieg so dieses m geht das ist richtig gut natürlich bambus ein einziger spieler bambus ich mache hier ein bisschen arbeit ständig dazwischen ich schwöre das ist bestimmt die gier oh gott ich 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 schau es doch sind da ah du hast es gestreamt geil ja es hat halt mich zu streamen ja 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 mir geht gerade richtig gut ich bin gerade richtig froh ich bin zwar geschwästlich situation wo die drei gs noch waren ich bin ein jumpmaster und der ist die Platz für ihn oh gott den war dumm weil er rup geklommert ja du willst ja ich grah, du hast ja defektisch grah du willst du hin egal du musst dich da spielen ja ich bin ein jumpmaster du musst okay planen ja ich denke planen ich bin gleich durch bambus du du und wo dann da wollen wir hin nein wir gehen du hin aber du weißt ja dass du die meisten Gäste noch bekommst weil du hast den äh du spot mit den besten Loot gerade das weiß ich doch nicht dafür gibt es ja mal keine da muss man direkt in der offensiv gehen ok wir müssen direkt Waffe holen weil guckt du launch von dem team ich habe ihn da rein in dir ja ich hab dich denn in blut ich bin du packst was ne aber ok danke wo ist jetzt ein 10erstreak A-Streak Wie viele Kills hattest du gerade? Vier? Vier 2 zu 6 Ah, das bist du Ich bin nicht allein Ja, ich bin nicht Mehr muss denn alles Ich schieß die nicht an, weil sonst schießen die zurück Das ist die normale Reaktion von Gegner Ja, deswegen Ich will nicht schießen Aber wir müssen etwas machen, weil nämlich Wenn sie den ganzen Loot hören, haben wir ein richtiges Problem Ja, ich vermopse den ganzen Loot Ich habe die A-Wi-Attitüde, ich vermopse den ganzen Loot und dann schmeiße ich ihn irgendwo weg Epo, die sind hier Ja, dann gehen wir in die Offensive Wollen wir schon hier in die Offensive gehen Ja Ah, das ist mein MG Mein Lieblings-MG Die Waffe ist hier mal ultra brutal Was ist das? Eine Flatline Was passt denn? Hat mich Ist weg, ne? Ja, und der andere ist ja auch tot Ah! 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 Nicht schlimm, nicht schlimm Ja gut, das war, das war die Offensive, oder? Das war das eine Team, was wir nicht kommen gesehen haben Was soll denn spielen mit? Nein Sei nicht so stur Ja, sei nicht so stur Ja, sei nicht so stur, spiel mit Das ist Erstmal ist gleich fertig Ich bin niemand Das war weil du, du warst Jumpmaster, Beppo, und das hat Ja Das hat so den ganzen Vibe Den anderen hat mich auch nicht kritisch, hat nämlich ein Rotrüstung gefunden Ach Das war der Vibe Das war der Vibe Ich hatte mich in der Mitte mega gefickt auf der Arbeit Okay dann Ich war unter Mittagspause, war ich und den Arzt und mir sind ja das Restraub von der Fütis hier Ja Ich gesehnte auch B-Mull als Dosser Tiramisu, Airpiss Tiramisu, ist mega geil Ich leide Geass und dann am Laufen vom Dach so Fuck, ich habe schon Tiramisu Geass Ich werde irgendwann auf Toilette rennen Dass die Laptose in Toilette Ja Auf B-Mull, auf B-Mull mega Bauchkrämpf gekriegt dann ist, fuck Fuck Das ist der B-Mull, Jobmaster Dann holmaa Wer andere dort wird, wenn du weißt, was gut für dich ist Wie mein Bio Ich fahre noch einen Ich fahre noch mal Ich fahre noch mal Ich fahre noch mal Tschüss. Oh ja, der Ranker ist ein bisschen weit, weil das geht. Ich denke nicht, dass wir direkt Besuch kriegen. Ich meine, wir wären jetzt schon. Woah, scheiße, schon Besuch. Kommen. Was ist das? Der Kollege kommt. Ich habe noch viele Wettkämpfer. Ja, okay, schuld. Mach los. Sei dein Pomp. Ja, dann bleib bisschen mehr auf Distanz. Ich bin doch im Gelöden. Ah, wo ist denn? Ja, das ist schon im Einflang. Ich habe noch lange gebrochen. Easy. Ah, geil. Er hat mein Lieblingshof bei sich. Gebrochen, Mann. Was? Einfach nicht mehr fertig. Ja, dann auch wieso das soll das machen. Einfach nicht mehr schluss. Ja. Hey, wenn ihr sterben wollt. Das ist euer Begräbnis. Mann, wieso hier ist ein Visier für ein Scharfschützegewirr, wenn es mal kein Scharfschützegewirr gibt. Der Sweatsch stimmt dort eben nicht. Ja, das ist so gut. Ähm, das ist ja nicht recht, gefällt mir doch nicht so, Mann. So können wir halt noch schnell leuten. Ja, das ist jetzt ausgeliefert. Neuer Killspitzenreiter. Du bist der Nächste auf meiner Liste. Ist der Humor in 2 schon ein Killspitzenreiter? Ist der Humor in 2 schon ein Killspitzenreiter? Das stimmt nicht, wenn wir zu schauen, dass wir ein Heikettnitz so sehr erinnern. Und das stimmt ja für immer. Oh, ne, drei, zwei Sekunden. Nach mir zu. Denkt runter, ich zähle. Brauche eine Minisdurreilung. Ja, wir können heilen anstablieren, da kommen wir direkt an die Zone. Eine meine Wunde. Wenn wir die Liftheire holen können. Wenn wir die Liftheire holen können. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Und ich bin es nicht. Ja, das ist wirklich geil. Es ist nur noch die Hälfte der Kurs übrig. Ja, schon. Ja, schön. Sie sind im Köchten. Ja. Ich bin auf Rödel Schilds vom innen. Wir fängt das doch um. Nee. Geh mal ruf, oder? Ja, geh mal ruf. Ich geh mal durch und gebricht. Wir sollten da drüben nachsehen. Vielen Dank. Das ist noch ein Healpack von Zerbrevs. Schon schon. Healpack kann ich nie genug holen. Oh. Was ist das? Nein, ich muss das gut einigen. Was ist das? Wo geht den dann hin? Nein, der geht ab die ganze andere Richtung. Da muss man zuvor aus. Ja. Auch erst singe ich schnell. Okay. Eine Minute bis der Ring geschliebt. Du könnt eine weile Dauer ausgehen zu kommen. Okay, ich schäle den Schuss. Okay, ich schäle den Schuss. Dann müssen wir schnell das noch machen. 45 Sekunden bis durch Schließung des Ring. Ich schäle den Schuss. Eröffne Feuer. Ich schäle das noch. Ja. Nein, das ist jetzt noch mehr wie zwei. Da hat man dumm. Ja. Auch nicht von dir vom Ding. Das ist der Schuss. definitiv da draußen ist ein kehrpaket was haben die wo muss man hin Heute und sohn, wenn wir sie bald bei der Sonne kommen. Ja, die Medikette muss man. Meine Waffe ist immer besser, ich habe gesehen, ich habe die ganze Map. Ich muss mal die Waffe abschreiben. Also, Spitfire ist mein Liebling. Ja, ich habe eine Menge auch mehr. Ich spiele gerade mit der R301, aber die sind echt spatter. Machen wir durch oder? Ah nee, wir müssen die Böse durchgehen, direkt links. Oh, das ist nicht fertig. Ich gehe nach Elf, nicht? Wir sind ein bisschen obviesig. Ja, wir bleiben heuer entlang von der Mauer, weil da sind wir genau an der Rumpf in der Zone. Okay. Da kann kein direkt von vorne kommen, normalerweise. Wir sind an der Zone, ja? Ja. Oh, ich habe viel Spaß. Ich gehe essen. Okay, wir müssen telefonieren. Okay, dann bis morgen. Ja, bis morgen. Bis morgen. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Wir befischen das Rumpf, weil da kommen wir genau an der Rumpf in der Zone. Komm noch zu. Sieg mal, es regnet richtig Katerin. Ich bin einfach wohl von 177 Kohlen. So viel entschuldigt. Regen ist in der Nähe und wir haben noch eine Minute. Reichlich Zeit für ein bisschen Spaß. Komm, Smuts, wir waren zu Weißkaterin. Nö, nö. Alles gut. Füllt von 40 Sekunden. Der Regen ist in der Nähe. Fortnite ist relativ einfach, umgehe ich der Zeit zu. Jo. Das ist ungefähr einfach. Ja, das hört doch gut. Der Regen ist in der Nähe. 30 Sekunden. Ja. 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 Scheiße. Schmeingrad hat vergesst, er Streaming zu machen. Und hat unser 3 Wains. Oh, MGM. Ja. 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 Das ist ja. 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 sortieren. Genau, und das sind fertig, ich geh'n dann hei. Okay, das E-G-I-Schnall nicht mehr. Äh, muss man jetzt ein bisschen bewegchen. Du musst das bewegen, ja, weil das ist, das ist dir die Sprache. Hast du innen? Ja. Ah, schäle machst du? Okay, gut. Okay. Zonen könnt? Wo geht Zonen hin? Wir sind dann noch an der Zonen, ne? Sie bewegt sich einfach schon weiter, richtig in Messibel und da sind. Wir sind immer da sind. Schleichen halbem halbem halbem. Hast du ne Squats? Ne, du hast ne E-G-I-Schnall. Oder? Ah ne, drei, äh, Squats sind nicht. Drei Squats. Ja, zwei Squats. Ja, ich habe das. Gehen dich gleich noch? Ja, aber noch. Ich habe deine andere Seite. Die laufen direkt nach der Mauer Ich höre Schritte So passen, weil die Sören so nicht direkt So passen, weil den auch wie zum Beispiel ist der kleine fiesepid hier verstopft sich in Millimeter für 100 zonen ab könnte daraus gesprungen Dann tickt sich das Ich muss los weiter Ja, wir machen, äh, mehr professionist Louis IV Ja, Scheren Ambrüch gehen Okay, links nur eins, Magisch. Ja. Der K-Plan ist noch einmal schön. Gut, recht. Da links. Ja, wir bleiben. Oh, das war dumm. Du brauchst noch einen, links. Ja. So, dann hast du gelebt. Eki, du löst weiter. Ich glaube, ein Hai. Hei. Wer ist schon an? Der ganze Sport hat ins Gras gewissen. Schärft eure Ziel. Nur wir und sie. Was haben wir geingeste Helien, Hai? Easy! Wuhuuu! 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 Wir sind nicht raus, Pappo, wir sind nicht raus! In der Kontakten! Wuhuuu! Wuhuuu! Wenn wir weiterhin so richtig gut mit der Zone gehen, dann kriegen wir das Team. Oh, mir kommt dann ein Plakat, weil wir einen Rund gewonnen haben, ohne dass eh gestorben ist. Stimmt, ja. Rauswärterung abgeschlossen. Oh, mega schöne Skin. Ich bin natürlich nervös, Mann. Ich werde dir nervös. Richtig nervös. Ah, ist aber nirgends. Weil ich zwölf finde, werde ich mal den duern Charakter erfunden. Weil ich den aus Nimmern momentan provisorisch dran. Warte ich mal, neke, dein... Hä? Wer ist ganz weiß, neke? Ähm, warte mal, ich muss doch... Oder... Auf und ab auf? Ja. Den halten. Oh, der gesagt Bays aus. Der gesagt richtig Bays aus. Der gesagt richtig Bays aus. Der jetzt... Ähhhhhh... Der jetzt mit Feier. Natürlich, mein Lieblings war von Nish Kesskin. Hahaha Ich hab geboten, was wenig elegante hast du dir geholt Hahaha Mir geht immer besser, Baphaaa auf 100 für ich hab mir gedacht ja so ne irgendwann ja da spielen wir mal mit Weasel oder so dann kommen die ganz groß war schon der letzte boi ja dann magst du Panisch hier stehen und hier ist Lashka gefordert ob ich will mit ihm spielen weil hier ist Diamant ja gut wir sind noch nicht level 4 jetzt ist es schwierig dass wir rank spielen können ja das da ist so Timo ich will fülle mich nicht und du sollst sagen ja ich bin das woher an der Vakance da kannst du üben so tja wenn man da spielen muss man mal level 4 zu sprechen ja ich weiß gar nicht mal überhaupt nicht spielen wenn man noch nicht ich das mal da zu spätens ich weiß nicht ob es mit äh bestimmten cup geht man rank differenz das das ich mein genau wie hat gesagt wir können nicht mal mehr spielen ja und das lefe schnittfeld der zonen fährt ich schon habe ein kommentiert gespielt und du war hier noch schon mega hähig mit einem normal gespielt Matta ja ich ging so an ich denke mir ja mach ja du weil ich mach meine Bansche grad ja wir gehen auf Ersatzatmo ich muss da ja nicht mehr folgen bei mir kam ich und ich werde jetzt stecken das Spiel das Spiel das Spiel Oh, Rüstung, der ist ganz gut. Ja, Molming, Lieblingspumpkorn. Das ist schön, okay, Sängeranwurf, geil. Zeit weg und nur noch eine Minute Zeit. Ich lehren immer neue Waffe, keine Ahnung. Hat alles mal gut, direkt mal gute Rucksack gefunden. Alles schädig. Ja, wo ist denn? Oh mein Gott, mir war schon mehr weit weg. Ja. Ja, die sind einfach gut gestanden. Guck dir Sibyla auf, du hast das gesehen, Champion. Guck mal, 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 guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal guck mal. Wack. Ich hab ihn so entworfen, dass er jedes Vermessende Brat entsticht. Ich bin teuer von. Gut. Kann ich eure Diana-Singer Ralfsgeheuer in die Schnitte auch? Ich spiel noch immer mit einer Waffe, außer schon mein Liebling. Kasten soll gewirsch. Ich hab ja schon gesagt, dass man die Waffe nicht spielen soll, meh. Ja, aber das ist immer so, dass man die Waffe und das ist immer so, wie gut es ist. Das ist das. Das sind auch, wie man so all-inseln erklärt, wie man am Schießstand war. Man hat nicht mehr geübt, wie man schießt dann alles, meh. Du schießt am besten, darum hat der Waffe eben die da leid, weißt du. Ja. Ja. Ich kann hier bestimmen, als zu stunden, die wird der Scheiß-Ski-Stand-Diode. Ich finde das schwer, es ist nochmal schön zu finden. Jaaa. Ich habe schon eine Chance gehabt, direkt Rüstung zu finden. Ich glaube, ich habe mal Mika gespielt und der Knopf gelandet, der hat schon einen Girl Rüstung gefunden. Wo ich mir denke, what the fuck? Den hat mega Babochons. Du bist ein Stückchen fort von mir, ich komme. Ja, ich warte. Ich komme gerutscht. Hallo. Ich kann immer voll für Schölle sagen. Ah. Meins besser wie weiß. Das ist nur noch Dinger, wie es kommt. Nö, alles ist schön, ne. Nö, alles ist schön, ne. Ja. Ah, ne, ist sie voll. Voll. Schwert. Ähm, mir sind dran. Ja. 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 Ja, ich kenne das. Ja. 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 Ich schau in dem Moment, wo ich das Spiel werde streamen, weil der Max hat auch Cousine und da streicht er bestimmt. Ah, Speedfire. Es gibt zu viel Monitieren, wenn du brauchst. Für Speedfire. Ich will nur 500. Okay. Was ist schon nimmst du für das Quatsch, du mal? Ne, es war ein Fehler, aber... Gehen du einer? Okay, kommen. Ich weiß nicht, dass ich schon irgendwo habe. Da hast du noch einen Müll für Rucksack, uuuuuh, wie kannst du willst. Ja das ist ideal. Der nächste Ring ist weit weg. Schmier? Oh maaaannn. Das ist immer am Arsch, normal. Sie schicken uns einen Replikator. Wie weit sind wir sofort? Wow, ja sicher. Ihr wird dran schon wieder mehr bremst. Ich bin immer am Arsch, ne macht man. Immer. Heißen Dingeln. Ich meine, der kann mal bisschen Höllern. Komm mal. Komm mal ein Stückchen Höllern, ja. Dass wir natürlich Läschke so voll an der Gäschler gerutscht sind. Ne. Es scheint, wir müssen ruf, ja. Äh, ja. Und dann nur... Und von Riedaus, oder? Ne. Ne, von Heim muss man Riedaus. Wir können Heim rüber gehören. Ja. Ja. Weil der wird näher geboren, oder? Ich schleiche mich langscht. Ja. Es wird so, wenn es äh... Zweier kommt und können wir snacken. Ich schleiche mich langscht. Ruhig. Noch ein paar Meter und wir sind im Ring. Noch 30 Sekunden. Ist auch ruhig. Guck dir an den Ring. Du. Manche, die hast du gesehen. ja ja Okay. Ich meine, ich war auch noch eng und da ging ich auch im Bett. Wie viele Jahre haben wir? Ja, das ist zwingend. Heute war voll ein Erfolg sowieso, noch zwei Mal. Voilà, komplett ein Erfolg. Nein, ich will den Nacken hören. Definitiv nicht. Nein, ich will ein Biller wie heute. Ich bin ein Brustlein im Gang. Ich kann es sowieso ein bisschen lang. Ja, ich hoffe, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ich hab's mir gedacht, du musst eine Sie situationen. Das ist kein Spiel, du spiele ihn. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so lange durchzähle. Ja, wieso? Spiele du mit dem ein bisschen? Und das ist ein Risschatz. Kannst du schrecken? Ja. Level geht doch heute mega los. Ich will schon rumjumpen. Wo willst du hin? Wir fliehen heute und denken für Yonomi. Da kommen schon mehr Brasslein auf die Tüme. Ja, easy. Ja. Vielleicht schon die nächsten. Verklären wir so etwas. Wenn das gelandet habe ich schwirren. Vollschirrt eine. Juhu. Ersch generiert. Ich geh einfach mit. Oh. 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 Blut Zapo. Ja. Ja. Schon mal ein ganz Blut. Rüstung. schon viel mehr weit ich bin los 4 schlafen Ok Kevin Ciao Bis morgen Echt? 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 So, das war ein Trummer für mich Schau mal ob es gefällt gut Waren da meine Schuheilheit mehr für Weißrüstung Das war ein Trummer für Weißrüstung Das ist ein Köschneuge Ja Ja Ich habe ein paar Materialien Schmeinkt die Bonnen sind da? Ja, wenn es gehe ich hatte das Ich habe es geboren Ja, mir hörs nicht Ich bin auch nicht zufrieden Läuft denn? So, ich meine, du hätt mich gesehen Sind doch Warte, ich geh mir heute von der andere Seite Weil, weil so Ich meinte immer so ganz dumm Sind sie für den Hommeln? Ich bin heute Läuft du Hommeln Ich brauche einen frischen Kühl Geh mir hier Wir können nur vier Wir können nur vier Mal misch Schon wieder gesehen Gehen? Ja Ich bin auchs Launch Ja Scheiß Oder ist gescann Kann da aber noch nicht Kann da aber noch Könnte aber noch Ich habe nur noch Ich weiß, dass zwei gesehen wird Quell ankad Kennt noch ihn Geseit nehmadisch Ich zeit nicht Ja, ich hab dieorgabe Ich habe den Schild eines Hocksleggers geknackt Oh mein Gott, ich muss mich hin, ich muss mich hin! Ah, schweb! Oh mein Gott! Ich fäcke meine Liebe! Nein, ich fäcke nicht meine Liebe, ich fäcke nicht meine Liebe! Oh, das muss ich mich so rufen! Noch ein, oder? Ja, wir können noch ein, oder? Okay. Der hat da sein Gesuchter. Oh, ist schon ein Apex-Pack. Komm mal, weil sie schon um den Fokus sind. Oh, schwein, schwein. Oh, Mom, ja. Seit Luder ist es. Schwein ... ... Zeit, den Strom abzuschalten. Ich habe schon geschrieben, mal woher ich das vorstelle, oder so? Ich werde jetzt rein erzählen, ja. Oh, der ist rückwärts. Ich mache mal den Camino. Ich mache mal den. Ich mache mal den Plan. Go. Ich mache mal den Plan. Ich mache mal den Plan. Ich mache mal den Plan. Und ich mache mal den Plan. 8. Ich mache mal den Plan. Ich mache mal den Plan. Ich mache das. Ich bin ein paar Materialien. Und das ist das erste von vielen Nichtstern ausgegangen. 25 Sekunden, der Rinn ist in der Nähe. 20 Sekunden, der Rinn ist in der Nähe. Das sieht nur toll aus. Das ist mega für uns. Die war actually mega geil. Einfach alles in der Nähe. Schwierig. Ich weiß ja, ich war drüben, meine. Also... Das ist ja komplett überführend. Ich küsste nicht. Amüsierst du dich da? Ja, ich stehe auch etwas im Rang. Vielleicht was ich will. Und ich küsste nicht. Ich küsste nicht. Hm? Einfach mal. Ich weiß nicht mal vor mir. Wir müssen drüben. Herstellung läuft. Gebt mir eine verdammte Minute. Lade die Schilder auf. 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 Scheiße, du hast kein Granatbeuder, gell? Hattest du geguckt, ob du heuläuer? Ja, weil du kannst halt die Container nämlich abmachen, mach deine Granat. Du schnitt wuffste. Ja, doch, hörst du ein Granat. Ja, nein. Ein Thermigranat. Das geht für heute die Obzimmer. Hoi. Geh ich noch? Versteck. Ah, sie scheiß noch mal, sie haben mich gesehen, sie haben mich gesehen, sie haben mich gesehen. Ich komme, ich komme. Was ist das? Da kommen, da kommen, da kommen! Ich wurde getroffen! Fuck it! Ist das Gerob? Nee! Pita, Mann! Warum bist du gesehen? Und... Fuck, fuck, fuck! Schwert! My life! Fuck! My life! sind das Pabilir! Das ist gar nicht so ganz genau, wenn ich päinthe für mich reingesagt habe. Das will ich immer mehr machen und dann... Und dann kann man nicht mehr... Oh, das ist immer mehr Küche. Ich muss genau die Küche! Ich muss die Müssache vielleicht irgendwo die erste Küche kriegen. Ja, aber... Mal gucken, wo wird man die Küche kriegen. Ja. 3 Skins. Ich muss immer, ich kenne immer ein bisschen zu viel. Ja. Ja. So, jetzt nehmen wir nur ein Platz schön. Und dann nur machen wir den Elang. Easy.